Ein ICE mit grünen Streifen? Nein, das ist kein schlechtes chinesisches Plakiat. Ja, die gibt es jetzt wirklich. Wenn es schon mit der Pünktlichkeit und den Preisen nicht so klappt, dann wenigstens mit dem Greenwashing. Und so kam diese Woche die Ankündigung der Bahn, dass künftig alle ICE mit grünen statt mit roten Streifen lackiert werden sollen. Schließlich soll der geneigte Bahnkunde nicht vergessen, dass er mit 100% Ökostrom unterwegs ist. Oder zumindest soll er es glauben. Denn eigentlich stimmt das überhaupt gar nicht. Die Bahn kauft nämlich nicht nur Ökostrom. Nicht einmal die Hälfte des von der Bahn genutzten Stroms soll aus regenerativen Energiequellen stammen. Jeder ICE wird nach wie vor auch mit Kohlestrom betrieben. Und das wiederum liegt auch so ein bisschen am System. Denn die Bahn betreibt ihr Schienennetz mit einer speziellen Spannung von 15 Kilowolt. Damit diese Spannung jederzeit gewährleistet ist und der Strom auch bei schlechtem Wetter fließt, musste die Bahn langfristige Verträge mit Energieherstellern abschließen. Und so kam es, dass einige der großen Kohlekraftwerke sogar in Abstimmung mit der Bahn gebaut worden sind. Natürlich mit eingebauter, jahrelanger Abnahmegarantie durch die DB. Dass die Bahn trotzdem mit 100% Ökostrom werben darf, liegt an den sogenannten Herkunftsnachweisen. Das sind Zertifikate, die die Bahn von Ökostromproduzenten kauft. Statt für Ökostrom zahlt die Bahn aber nur für diese Zertifikate. Das klingt nach einer ziemlichen Mauschelei. Ist es auch. Aber der Zertifikatehandel ist in der EU völlig legal. Das Sündenregister der vermeintlich grünen Bahn ist aber noch viel, viel länger. Denn das Unternehmen ist auch der größte Einzelabnehmer von Glyphosat in Deutschland. 60.500 Kilometer Gleise müssen permanent unkrautfrei gehalten werden. Und da ist das mutmaßlich krebserregende Pestizid aus Sicht des Konzerns wohl das günstigste Mittel der Wahl. Zwar hat die Bahn inzwischen angekündigt, ab nächstem Jahr nur noch die Hälfte davon einsetzen zu wollen. Aber wie sie das machen wollen, das weiß keiner. Die Anwendung nicht-chemischer Verfahren im Gleisbereich ist mangels wirtschaftlich anwendbarer Techniken nur in ganz wenigen Einzelfällen möglich. Heißt es in einem Bahnpapier. Klar, ist halt auch viel teurer, Tausende von Azubis alle zwei Wochen Unkraut rupfen zu lassen. Effektive neue Methoden gibt es zurzeit jedenfalls nicht. Denn die Bahn hat lieber jahrelang in Sondergenehmigungen für den Glyphosat-Einsatz investiert, anstatt in neue Techniken. Dabei hat sie den vielleicht größten Matchball schon vor Jahren verspielt. Ein Schweizer Unternehmen hatte nämlich eine Technik entwickelt, bei der Unkraut mit Stromstößen eliminiert werden sollte. Ganz ohne Pestizideinsatz. Dieses Verfahren wollten die Schweizer bei der Deutschen Bahn testen. Aber das System hätte ausgerechnet auf den Zügen der Bio-Crop-Science erprobt werden sollen. Das ist die Pflanzenschutzsparte des Bayer-Konzerns und auch das Unternehmen, das seit fast 30 Jahren die Pestizidfahrten für die Bahn unternimmt. Wen wundert's? Aber irgendwie kam man nicht zusammen, weil der Chemiekonzern nicht bereit war, die Voraussetzungen für den Testbetrieb zu erfüllen. Zur Erinnerung. Monsanto, der größte Hersteller von Glyphosat, gehört ja auch zum Bayer-Konzern. Jedenfalls hat die Bahn jetzt ein Problem. Denn sollte Glyphosat 2023 wirklich verboten werden, muss sie sich etwas einfallen lassen. Brandrodungen, wie manche Landwirte jetzt vorschlagen, ist wohl eher keine ernsthafte Alternative. Denn die Ökobilanz dieser mittelalterlichen Methode dürfte noch unter der eines SUV liegen. Dabei hat der Konzern eigentlich gigantisches Potenzial. Riesige Flächen, um eigenen Strom zu produzieren. Man denke nur an Solarpanels auf Bahnhofstöchern oder Werkhallen. Und dann gibt es natürlich eine wahnsinnig große Expertise, weil im Konzern die unterschiedlichsten Gewerke zusammenarbeiten. Nur eins fehlt vielleicht noch. Der Wille, in grüne Technik zu investieren, statt in grüne Farbe.